Drombusch? Ja, nicht schon wieder. Komm, sei lieb. Vitaminsaft ist so gesund. Und grad bei diesem Wetter. Onkel Ludwig, was ist denn der Sinn des Lebens? Die Erhaltung der Art. Wie lange, glaubst du, wird dich dein Chef noch haben wollen, nachdem ihm klar geworden ist, dass er offenbar nur dazu da ist, dir deine Schlagersängerin-Karriere zu finanzieren? Dass ihr nicht an mich glaubt, das weiß ich längst. Aber ich beweise es euch. Warum bleibt Oma eigentlich nicht ganz bei uns? Nichts!